Mach ich schon mit Den Schildfotzen, Alter Hier ist die Wiederbelebung Voller Schildfotzen Dokumente, vertrauliche Dokumente Nice Cheats Ultra 1, Achtung, ein Operator im Gebiet braucht medizinische Versorgung Das ist natürlich diese beleidigte Leberwischler Ich bin auch Herr Pazeronen Kannst du das akzeptieren, dass sie verreckt sind? Ich schmeiß mal kurz eine Muni-Kiste bei mir hier Das ist sehr gut, weil die Pumpgun-Muni geht schon leer Ja Nein, da Muni auch, wenn ich nur mit der Lockwood spiele Hier ist noch eine Schlüsselkarte Müsste ich auch noch Haufen, ich glaub drei, vier Stück oder so in den toten Briefkasten werfen Aber ich hab keinen Bock drauf, weil ohne Generalschlüssel bringt's mir halt auch zu nichts Hier ist noch ein Mavisee-Ressortschlüssel Das ist das Ding, was du glaub ich hast Naja Ich hab keinen Platz Diese goldenen Schlüssel sind immer gut, da sind wir für der Scheiß dran Mhm Mein Gott sind schon viele, Mann Aber steht Gefahr gering, weißt du? Aber nur fett gepanzert, ey Ich sag nur, wo wir da drüben gespawnt sind und die ganze Rollbahn voll waren mit KIs, Digga Aber so viel zum Thema Gefahr ist gering Ja Das Spiel hat gelogen Liar Ich hab auch dieses eine Meme von Darth Vader im Kopf, ne? Ich weiß nicht von wo das war, ich glaub es war Force Unleashed Na, es war Force Unleashed Irgendwas, dass der Vader glaub ich nicht einschreitet, den Starkiller machen lässt Was hab ich? Hat sich nicht enthalten, hat irgendwas gemacht Und dann sagt der alten Nutschen Starkiller Einfach noch richtig stumpf Passt doch auf! Ja, Challenge fertig Jetzt muss ich Vorräter zerstören Auftrag machen Ultra 1, da kommt feindliche Verstärkung Damit ein Safe in der Nähe zu öffnen dann Nach unten können wir auch noch gehen, das ist noch mehr Aua Halt! 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 Oh, bei mir ist Schild Übernett Halt! Lässt schon wieder noch los für Hauptgebäude, massiv war. Ja, das sind zwei Stücke, ich hab noch ein Schild. Aua, das ist ein Letzter, ja. Aua, ja. Oh, wir liegen alle. Ja, da hatten wir alle weg, weil irgendwas neben mir in die Luft geflogen ist. Ich weiß nicht was. Ja, Digga, ich bin hier viel zu selten drin, um zu wissen, wo die Scheißlinge drin. Das ist ein ganz cooles Feature, das heißt Augen. Das hätte ich jetzt richtig getragen, ja. Der hat sich bombenaktiviert. D4 Bombe scharf. Ach, direkt wieder selbst wieder Belebung gefunden. Okay, ich muss mal eine Shop-Ticker, ich hab... Was hab ich alles? Verschlüsselte Festplatte, geheime Dokumente, noch eine verschlüsselte Festplatte. Ja, behalten wir mal diese Scheiße, weil... Irgendwas fehlt, glaub ich, noch, dann kann ich auf jeden Fall eine gehärtete Plattenwiste herstellen. ...deine ganze Aktivität im Gebiet. Halte die Augen auf! Ich muss doch gleich mal beim Shop gucken. Weil ich hab auch schon ein bisschen Scheiße davon dabei. Die geheime Dokumente auf jeden Fall, aber Festplatten brauchst du dir auch. Dokumente, geheime Dokumente und was war das dritte nochmal? Vertrauliche Dokumente, glaub ich. Es gibt zu viele Dokumente. Fast wie in Real Life. Bis durch. Zur Folge an die Arbeit. Ein Nachtsichtgerät. Leute, hier! Das brauch ich... Also wenn es hier wenigstens so Tag-Nacht-Wechsel wäre, dann würde es Sinn ergeben, aber... Brauchst du Standarddokumente? Da hab ich glaub... Es waren, glaub ich, zwei davon. Da hab ich schon zwei dabei. Okay. Hier drüben ist ja direkt ein Shop, da kann man direkt mal gucken. Aber weißt du, wir sind schon da richtig wie Bots, Digga. Beide gleichzeitig, das brauch ich. Kann man gleich sagen, was noch fehlt. Platten-Tarn, komm. Der bietet das hier gar nicht an. Also ich seh' gerade, ich wurde vor einmal mit diesen Granatenwerfer gefickt, ne? Ich hab den einmal gesehen und abbekommen. Ich wurde einen Arsch gefickt, wie behindert davon. Und Generalschlüssel, Niko, zwei Goldbahnen und ne GPU. Ja. Also ich hab Schlüssel holen. Also ich hab den Schmisch dabei leider. Aber der ist, glaub ich, zu weit weg. Das... Konsolenentwicklung. Ich glaub, dass die gehärdete Platten-Tasche-Weste da nur auf Ashika ist. Also hier wird die nicht angezeigt. Konsolenentwicklungskit hört sich eigentlich total krass an. Das hat nur endlich Symbol. Für drei Konsolen. Ein goldener Schädel von El Albarra Minor und zwei Atom-Trabstoff. Da kann man einfach Konsolen entwickeln. Sony in COD, Alter. Plünderer-Rucksack brauche ich eine Batterie, Konservendose, Waffenreinigungsöl. Hast du die Zucker frei? Ja. Das kann ich schon alles craften. Die COM-Weste kann ich auch schon craften, wenn ihr eine wollt. Ja, die kann ich auch. Eine Sanitäter-Weste kann ich auch schon machen. Ich kann auch die Tarn-Weste craften. Die kann ich auch machen, ja. Und die ist sogar relativ einfach. Wollte ich gerade sagen, Comic-Heft, Spielkonsole, richtige Gamer-Weste, Alter. Alter, das ist schon echt heftig. Wenn du verkaufst, kann ich ja hier nichts machen mit. Na, ich habe auch weg. Ultra-1, da kommt feindliche Verstärkung. So. Was hast du jetzt noch auf den Kairon? Ich muss Vorräte zu Stirnauftrag abschließen und dann davon den Ding. So, er safe ist, man. Der Jungs, hallo. Die Blauen war ja eigentlich nicht. Ist doch gerade explodiert. Ja, links ist gerade irgendwas explodiert, Alter. Ich habe eigentlich gedacht, dass Dinge so waschgeil sind. Da war ich noch in einem Auftrag dabei. Zwei Aufträge dort abschließen. Ultra-1, Achtung, hohe Feindgefahr im Einsatzgebiet. Hier ist noch eine Tauchermaske. Das ist wieder so lachhaft. Digger, ich brauche euch Gegner hier nicht. Ja. Ich füge es jetzt, habe ich gerade Feuer gespuckt. Dann wäre für all inclusive. Ich habe was abgekriegt. Ultra-1, wir haben in der Nähe feindliche Vorratslager entdeckt. Ihr müsst sie zerstören. Die Koordinaten sind auf der Taktik-Karte. Ultra-1, platziert eine Sprengladung beim Vorratslager. Polateralschaden. Die Ladung ist scharf. Er richtet eine Sicherheitskarte. Wir legen sie vor. Das ist ein ganz Resident-Programm. Big guns-Protrag. Ne, Neco... Dahint spot Vamos! Hätte ich zu Voldemort-Hotie gesehen. Der ist heute nach Hause gekommen. Mehr hat er nicht erzählt. Das war Iceman jetzt noch nicht fest sicher Naja, hab mir nix davon gesagt Der redet nicht gerne drüber Naubere Sprengung, die ist zerstört Jetzt muss ich ein Safer finden, der jetzt gleich angezeigt werden sollte Er zünder hat Ich sehe gar nix Ist das ein feindlicher Heli, der daneben ist? Oh ja, ein Spieler drin Was ist denn jetzt? Kein Lutz Ziele zerstört Auftragsordnung wurde autorisiert Wunder seiner So richtig random, alter Die fliegen da einfach und haben direkt abgeschossen von LTV Digger ULTRA1, ACHTUNG Was hier auf dem Slapper ist? ACHTUNG 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 Feindlicher Trupp. Da ist einer drinnen, in dem Gebäude hier. Ich geh raus. Aber neben mir ist einer. Armin. Feindliche Drohne aktiv. Das wird dich heilen. Ich hab schon Schlimmeres gesehen. Feindliche Drohne. Eins, komm, vordere Aufklärung an. Über uns. Die Drohne ist im Einsatz. Aufklärung online. Oh mein Gott, hier sind... Guck mal, wie viele hier sind. Zwo, drei, vier, fünf, sechs Stück. Zwei kommen hier unten. Ich hab keine Platten, Mann. Ich tropp dir. Warte. Hier kommt gleich einer. Hier, ich hab... Achtung. Hab einen. Hab ihn gefinished. Ich hab auch einen. Kauabunga. Liegt auf der Treppe die Leiche. Bei mir ist er... Ich lad nach. Flucht ist weg, los, du Hurensohn. Grad nachgeladen, Alter. Ein Pahnwurst, ey. Das ist so gut. Ultra 1, ein Operator nahe deiner Position braucht medizinische Versorgung. Scheiß, den Holzrennen. Bei mir kommt noch einer. Aua. Stepp du, unser und hab ihn. Ist ja schön. Scheiß Wichs, ne. Der hat lauter Schlüssel dabei. Ah, hier werden. Da draußen ist noch einer. Vor mir. Draußen. Schauts, doch die Fenster hier sind noch mehr. Da sind Saus rein. Aus der Richtung, die hat auch noch irgendwo da geschossen. Nach draußen. Volles Geld, Alter. Was ist heute eigentlich mit uns los, denke ich? Wir pumsen alles. Vielleicht wäre es gut, wenn wir den aufheben. Hätten Unterstützung. Ja, aber was ist, wenn der von denen ist, dann callt er die ganze Zeit, wo wir sind. Das Risiko möchte ich nicht eingehen. Das einzige, was ich machen kann, ich kann mal die Leute einladen. Der Operator in der Nähe bittet um medizinische Versorgung. Wenn sie beitreten, ist gut. Wenn nicht, sterben sie. Sie haben keine andere Wahl. Das ist halt perfekt hier drin, ey, grad. Wir können von hier oben überall runtergucken. Ich bin schon voll mit Geld, Mann. Der hat auch noch Selfie-Wife und alles. Der, wir sind alle drei voll. Das Dach habe ich nichts mehr gesehen bei uns. Ich glaube, bei uns ist das Sicherheitsdach. Ultra-1 hier, Kommando. Die Strahlung verbreitet sich im Gebiet. Such einen Evakuierungspunkt auf. Ich glaube... Der finale Extraktionspunkt muss, glaube ich, hier oben irgendwo kommen. Irgendwo hier dann, weil zwei sind... Drei Punkte in die Richtung vor mir. Du wirst aufpassen, die können jetzt über aufs Dach drüber, über diese Planke. Okay. Ja, das sind halt auch Bots, ne? In die Richtung, wo du gepinkt hast. Ja, weil die sind... Da ist gleich wahrscheinlich ein Spot. Irgendwo ist aber noch einer. Weil drei Striche sind normalerweise dann so an die 50 Meter. Ja, dann muss man vielleicht einen Tarnlässe sogar haben, weil hier auf dem Ding sehe ich nichts. Aber ich habe, wie gesagt, da in dem Haus vorhin ein Rennen gesehen. Ja, und auf dem Dach über uns war ja auch noch einer, ne? Ne, das war der, den habe ich. Ah, das war der, okay. Das ist der, wo er auf der Treppe liegt. Das ist der, wo er platt ist. Seine Leiche ist genauso geschwebt wie die von vorhin, Alter. Der da unten ist gequittet. Keine Leiche mehr. Der da unten liegt noch. Treppe ist auch gequittet. In die Richtung, die ist Snipe Deiner. Hab ich gesehen. Der hier unten hat noch eine Menge Schlüssel, ne? Geinen Platz, Alter. Oh, wir haben noch acht Minuten Zeit. Unser Wagen steht noch da. Ich habe sie gesehen, wir könnten auch einfach abholen, ob wir es. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Auf dem Gebäude hockt er hier oben. Der hintere Turm da in die Richtung. Südwesten. Hier sind zwei Aufklärungsdrohnen, ne? Ich sehe ihn ohne hier. Das ist wahrscheinlich da, wo ich meine. Da tut er bei Amts und anderen Observatorien auf die Reiten. Ich gehe gucken. Das sind zwei Stück. Eine ist gepinkt. Das da unten ist, glaube ich, eine KI, aber der hier oben ist ein Spieler. Der fliegt weiter, ist jetzt auf diesem Dach hier. Er hockt immer noch oben drauf. Er guckt in eure Richtung. Lass den ficken, Digga. Der ist alleine. Naja. Gut. Hau Mörser drauf. Aufklärung offline. Aber auch noch Prezi. Der wird gebummst. Der wird gebummst. Hau Mörser hin. Aufpassen. Soll ich Drohne fliegen? Ja. Mal gucken, wo es ist. Ich habe mich in ein Lagerhaus rein. Verbündete Aufklärung online. Auf mich. Von hinten. Von hinten. Von hinten. Von hinten. Es sind zwei Stück. Unten drinnen bei dir. Feindliche Drohne aktiv. Es sind doch mehrere. Einer tot. Sehr schön. Aua. Da. Von rechts in einer. Richtung Shop irgendwo. Ja. Hier war der, glaube ich. Ja, der läuft weg. Der läuft in die Richtung. Ich glaube, der ist vom Berg gesprungen. Der müsste vielleicht bei dir gleich kommen. Da hinten. Hier hockt er. Ja, der snipet. Ab ihn. Das war der letzte. Ich habe jetzt zweimal Goldbahnen und Schädel, Alter. Das war der letzte Wichser. Der hat noch eine Com-Weste. Der hat noch 106.000. Und eine Razorback. Eine modifizierte Waffe. Wunderschön gemacht wieder. Ich hab's. Ja, aber ja. Bin da oben. Die haben, glaube ich, unseren LTV. Ja. Ich bin zurück im Kamm. Feindlicher Mörserschlag bei eurer Position. Geh, hauen ab. Ja, nicht, dass es andere waren. Ich glaube, es sind gleiche. Ich fahre bestimmt runter zum Exfiltrationspunkt. Nee, der kommt wieder. Wir müssen uns auch mal beeilen. Hier, trenne auch deiner. Ja. Ich fahre auf eine Granate. Ich fahre hin. Der auch. Links. Acht auf. Er ist down. Er ist tot. Oh, ich habe einen One and Down geschossen. Ah, nicht weggeben. Der LTV fährt hier rum. Ja, dass der jetzt andere wiederbleibt da hinten, ne? Nee, der fährt weg. Der ist, glaube ich, so den Ding runter. Unser LTV ist hier unten auf einmal. Auf einmal markiert. Ja, der ist mit dem Quang. Wir müssen uns nicht freuen. Wir haben nicht viel Zeit. Oder kommt. Ich habe einen Plan. Und wir haben das Geld dafür. Komm zu uns, Baby. Nicht totmatschen lassen. Dann rast man da runter und ficken den letzten weg. Auf geht's. Alter, wie wir die Schilder ganz gefickt haben, Alter. Ich habe meine Waffen gefunden jetzt. Lockwood und die Brotzeit. Oh nein. Und raus und runter fliegen. Ja. Hat's nicht vorgebracht jetzt, ne? Der Helikopter kommt schon. Wir könnten direkt hinfliegen zum Heli. Der schießt sogar auf uns. Seht man den? Da oben nicht. Ich lande direkt beim Helikopter. Der ist drinnen. Der schießt voll auf mich. Ach, scheiße. Hat der ein Glück gehabt jetzt noch, Digga. Der wäre tot gewesen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo die letzte Exfiltration kommt. Ja. Das schaffen wir easy. Alter, ich konnte nichts machen. Der hat auch genau auf mich geschossen, Alter. Ich vermute mal, dass die irgendwo hier kommt. Drücke vor! Gehen wir da nicht sogar wieder dabei, dann 20 Pferden würde ich schaffen. Das ist auch nicht unten. Kein Karsel, Alter. Ich wusste den Stress, aber die ganze Zeit. Alter, zwei Goldbahnen im Schädel, Alter. Wir schütteln und einschleifen! Schütteln und mach. Wir lassen uns mal weiter. Ultra1, wir sehen die Landeszone. Freihalten. Ghi! Ultra1, Achtung! Hohe Feindgefahr im Einsatzgebiet. Der Helikopter kommt hier! Ach so, weil nicht. Der kommt eben automatisch. Der Letzte. Lassen mal auflassen. Ja. Ich schwir ein bissl rechts rum. ich kann nicht hoch gehen ja wir konsumieren das ding hier ob es oder erster wenn das ding vorbei ist ja Lass uns auf Waffenkoffer holen. Ist aber ganz still. So in 1 Minuten Abenteuer. Wir können doch nicht erschreckt. Die Bastiosen nicht schießen. Ich bin auch in Barcelona. Was du brauchst noch nie hier. Ich hab gesagt, er hat frische Munitioner. Fressen wir. Das war doch wieder wunderschön. Easy Loan. Easy Upload. Starker Arm. Krass. Hab ich auch bekommen. Okay, jetzt war Fawn so sexy. Ich bin noch one mit der Drohne drin. Ich seh auf einmal wieder 2 Stück raus. 4 kills hab ich gemacht. Warte, wie viel hab ich? 5. Stark. Wo Sascha? Ich hab gar keinen getroffen diesmal. Ich hab 52 KI Abschüsse. Die werden mir gar nicht angezeigt. Weil ich so ne lange Liste hab. Wir haben schon wieder 11 Kills gemacht.